So na hier, Frauen für Freital. Hast du das Meisterwerk fertig, Peter? Nein, ich hab dich schon mal hängen lassen. Ja. Okay. Auf jeden Fall hab ich's fertig. Frauen für Freital. 2000 Euro für jede Frau, die zuzieht. Ja. Ne? Schauen wir mal rein. Da schauen wir mal rein. Soll ich's auch mal machen? Ja. Liebe Frauen, Freital in Sachsen war mal ein wunderschöner Ort. Seitdem ihr alle Landesflucht begangen habt, geht es hier aber drunter und drüber. Die Häuser verkommen, die Wohnungen sind ein einziger Sauhaufen und auch unsere Männer sind komplett am Arsch. Doch jetzt haben wir aus Freital reagiert und den alten Gemeinderat ausgetauscht. Gegen den hier! Bürgermeister Silvio Lambrecht begrüßt alle Ladies und auch Beisitzer Mario Gugl sagt Hallo. Stadtkämmerer Sven Banane macht ein geniales Angebot. 2000 Ocken an alle Frauen, die nach Freital kommen. Oben drauf gibt's ne Packung Schwimmkerzen und ne schöne Stille Original Freitaler Hasenwurst. Guten Appetit! Das war's! Vielen Dank.